ja hallo 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 ja sehen sie jetzt kommt ladimir kruschow raus ich weiß ich hab das hinterlassen du bist du kannst du du musstest mal besser deine arbeit besser machen ich habe siehst du ich hab dir vorhin gesagt ladimir kruschow ich habe es geschrieben und jetzt kommt es wieder zu mir du musst mal irgendwie wirst du das ist nicht normal du bist du chef da oder was ist da los ich bin der teamleiter aber ich weiß nicht wieso du immer bei mir kommt was ich gleich wieder rauswerfen das ist nicht mehr normal oder willst du du hast es doch darauf abgesehen das ist eine compilation mit ihrem mahr oder du bist mein bruder wir können alles machen ja du möchtest ich kann den russens spiel ich kann hier russens spiel juli fast sag mir mal lieber dein richtiger name mein name kovac mein richtiger name kovac kovac das ist vor oder nachnamen spielen das ist vor oder nachnamen familienname das ist dann glaube ich dir auch nicht du nicht weißt du es höchstig liegt dann wie ein daniel aber mach mal den russens für mich und dann mach mal die rusche ja juli möchte ein aquarium kaufen hör mir mal zu du dreckige amateur muss noch viel lernen ich werde dir unterricht geben ganz genau ganz genau so spielt man ja russer richtig du musst hierher kommen ich werde dir zeigen wie man wie ein russer trinkt wie man wie ein russer spricht wie man wie ein russer macht und wie man wie ein russer andere länder angreift so ist es bruder du hast recht natürlich sage mal wie lange arbeitet ihr in eure scheiß kaufen noch 14 minuten blöd ja dann komm du kannst jetzt jetzt schaffst du sowieso keine mehr reinzulegen jetzt kannst du ein bisschen mit mir reden jetzt etwas jetzt etwas ehrlich ich weiß wirklich nicht wie du heißt wer du bist aber ich würde dich sehr sehr gerne kennenlernen du bist ja du bist ein sehr sehr netter mensch ein sehr guter mensch aber ich habe morgen einen kollegen für dich er ist neu hier ja kannst du eine schulung mit dem machen was soll ich machen eine schulung was möchtest du denn was soll ich denn machen mit ihm ja er wird ja bestimmt was verkaufen dann zeig ihm mal wie der kunde zuschlagen kann also ja soll ich den schlimmsten kunden machen ja nicht den schlimmsten dann wird er sofort angst bekommen und dann auflegen ne macht nicht so wenn dir vielleicht sucht er sich dann hier eine ordentliche arbeit wie wirktest du immer die stimme das sie machte das die körper sehr lange üben du machst es wirklich sehr sehr vielleicht hast du bald mal ein japaner am telefon und ein französer weil das kann ja du wirst mich ja schon immer erkennen muss ja vielleicht hast du demnächst franz war aus paris am telefon möchtest du mein baguette lüttchen bleib mal kurz dran bleib kurz dran ok bleib einen moment dran ich hole nur einen kollegen sag mal mach mal den französer bleib kurz dran ja natürlich warte ein moment warte warte hallo gutenabend wie kann ich ihnen weitere empfinden sagt haben sie mich auslachen warte mal sag jetzt ja hörst du mich jetzt auf lautsprecher machen ja natürlich ja ja wir sind jetzt zu dritt wir sind hier zu dritt ich bin auch da ja hallo wie ist dein name babuschka ja hallo wie ist dein name babuschka babuschka ja wie heißt du mach mal den rutenlider weißt du dimitri redet nicht mit frauen weißt du dimitri redet nicht mit frauen hee gib mir den debuschka gib sie mir gib mir sag babuschka sag was geht ab was geht ab jetzt musst du auch sagen wir sind alle fans von dir auch die auch die frauen sind fans von dir wir lieben sie oh das ist ja geil du aber ich muss dich enttäuschen und sex mit gruppi es gibt nicht 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 außer du kannst mir geile bild schicken dann kann ich vorher gucken ich darf nicht mein mann steht hier das ist mir doch egal dass ich gebe ihnen einfach 10 rubel 10 rubel 10 rubel gib mir deinen mann ich muss verhandlung machen ich muss verhandlung machen ist das der familienbetrieb oder was ja hallo ja hallo hier ist schmaulwolf oh oh herr malwurf wie geht es ihnen wie bitte wie geht es ihnen herr malwurf ja es ist alles in ordnung wie geht es ihnen an diesem schönen abend gut herr malwurf aber bei uns in japan ist jetzt stark nicht abend sie können nicht einfach reden wie japaner ich werde kommen und kopf abschlage mit meine schwert jakuza jakuza naissamurai hayamata ja sag mal wie alle lieben sich bei uns in der schweiz ist es verboten was bei uns in der schweiz ist es verboten sich über japaner lustig zu machen also wirklich ja sicher nicht wieso die soll ich das ich finde deine stimme sehr aber warte die österreicher ja die österreicher die haben hitler auf die welt gebracht die mögen wir nicht wir leben nicht hitler wie bitte wir leben putin ja ich liebe nur putin putin ist geiler mann putin ist geiler mann ganz genau ein sehr roter mann ja und wir als Flussland leben putin tja das hast du jetzt schon dreimal gesagt kannst du dir etwas besseres eindenken ne du bist besser ne du bist besser ja natürlich ich bin kinkalaschniko ma du bist besser als kinkalaschniko ja kannst du schon ein abo für kanal machen zucker 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 natürlich ja machst du nochmal sehr gut kannst du neues video schon angucken kommt in neun minuten neun minuten dauert das ja in neun nein in neun minuten geht 24 minuten ich nehme mir zeit für meinen klienten ich nehme mir zeit für meinen klienten sind sie auch da wer ist auch da wer ist auch da auf den video wer wer also wir ich ne was soll ich denn sagen ich habe da drei leute unterhalten das will doch keiner sehen ich habe mit drei idioten gesprochen ist doch wahr aber wenn du willst werde ich dich möchtest du jemanden grüßen ja dich nur dich ah blöd hast du außer mir keine freunde soll ich dir gute nachtlied singen ja bitte einen nur einen lied karlinka 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 meia ihr seid wirklich wie soll ich dich nennen vladimir ein moment ja bitte vladimir sei morgen bereit für die schulung ja ja ich bin bereit für die schulung es wird die größte zerstörung geben seit russischer angriff auf ukraine ukraine da ich suche ein großes aquarium wo kann ich das kaufen da kannst du bei ebay gucken ebay ebay und was welcher charakter soll mit die schulungs menschen sprechen also nur nicht malwurf wenn du malwurf sagst dich kennt jeder alter ja inzwischen hat er ja ey mach den schweizen weißt du der mach den schweizen ne ne warte warte mach den schweizen soll ich den schweizer machen für ihn aber das ist ja weißt du ja dimitri ist halt viel brutaler ne ey also der werde dich nicht erkennen also wenn du dimitri sagst wenn du maulwurf sagst erkennt er dich sofort sag keinen schweizen namen den schreibe ich hier und er ruft dich morgen an dann heiße ich Uri Grindelwald Uri Grindelwald wie? Uri Uri Uri? U R E U R E U R E U R E U R E U R E U R E U R E U R E không EU u R E ich sehe dass du musst du mit allen machen weil ich habe viele fragen und jede frage ein anderer charakter okay kann ich sagen werde ich dir beantworten sagt mir nur eine frage sagen wir jetzt nur eine frage ja damit ich mich vorbereiten kann ja hallo ich soll dir eine frage ich bin da ja ich dachte du willst was fragen ich habe gedacht eine frage aber hey ich habe jetzt gleich feierabend ja ja auch nach hause und wie viel wie viel abschluss hast du heute gemacht 24 oh mein gott und für jede 20 euro mehr oder mehr ok da werden wir 20 oder nicht aufstehen in der fahrer werden wir morgen drüber reden ja ja du bist der stärkste hey ich habe jetzt feierabend ja wir hören uns dann morgen ja wir hören uns morgen und spielt den schweizer ja sicherlich ja ok dann bis morgen soll ich dir soll ich dir wenn du du magst die schweizer soll ich dir ein foto von meinem album schicken ne brauche ich dachte du magst solche langen röhren ne mag ich nicht ja das ist schlimm geh geh jetzt wirklich ich habe jetzt feierabend ja dann mach mal den computer schön aus machen wir hören uns dann morgen also vergesst noch nicht kein juri kein vladimir kein dimitri oder maulwo ich habe meinen namen weg ja wann wird der schüler keiner möchte sprechen wenn du sagst ich bin der oder der oder warte mal ich hole den herrn maulwo vor da jeder kennt die stimme wenn du sie wechselst ja wann ruft er an dein schüler dein padawan ich mache hier einen moment sag mir nochmal uri familienname grindelwald 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 ok richtig äh sie rufen dich dann morgen ja aber sofort in schweizer spielen wenn du die nummer siehst sofort in schweizer morgen so gegen 10 uhr ja ja ich hab deine nummer ist schon bei favoriten deine nummer ist schon bei favoriten wunderbar also morgen 10 uhr vergesst es nicht soll ich dir sagen du hast mich beim letzten monat 364 mal angerufen 364 mal angerufen du bist mein bruder jeden tag jeden tag kontakt du musst mal zur party kommen ich liebe dich alter ich liebe dich mal zu hören ja sehr gut ne also die nummer er ruft dich morgen an ja ja sehr gut und hab ich dann auch dein einverständnis ihn zu richtig zu verarschen ganz genau sauber bis morgen bruder schöne nacht ja danke bruder dass wir dann bei dem man sieht den 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 Hahaha